Liebe Damen und Herren, wir schauen uns jetzt das Video, wenn Body Positivity gefährlich wird, von KuhnTV. Jo Freunde des Übergewichts, ihr wisst, ich liebe Body Positivity. Vor allem, wenn das übergewichtige Menschen benutzen, um ihren ungesunden Lebensstil zu verteidigen. Ich wurde durch einen Kollegen auf das Interview von Sandra Wurster aufmerksam. Ich feiere das, dass die einfach Wurst im Nachnamen hat. Sie selber ist übergewicht... Ich hab sehr, sehr stark geschmerzt. Nadja, dankeschön für den Sub. Vielen lieben Dank. Ich hab einen sehr guten Namen tatsächlich. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sie darin keine gesundheitlichen Probleme sieht. Diese Wertschätzung zu haben... Vielleicht darf ich da schon gleich reingrätschen, weil dieses Gesundsein ist ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft. Weil faktisch, vor allem in Deutschland, haben wir eine dicken diskriminierende Gesellschaft. Bedeutet, wenn ich mit meinem Körper, ja, und ich weiß nicht, es soll jetzt auch niemanden trickern. Ich würde jetzt behaupten, du hast so eine Kleidergröße 36, ich hab eine Kleidergröße 44. Und es kam gefühlt noch nie vor, dass ich zum Arzt gegangen bin und noch nicht auf mein Gewicht angesprochen wurde. Und das heißt, es herrscht schon extrem viel vorurteilendes und veraltetes Wissen. Veraltetes Wissen, weil die Wissenschaft, auch übrigens jetzt noch komplett aktuell, mit jeder Studie beweisen kann, dass Übergewicht nicht gesund ist? Übergewicht kann ein Faktor für unzählige Krankheiten sein. Ich blende euch hier einfach mal einiges ein, aber wahrscheinlich gibt es halt noch viel, viel mehr. Natürlich weist dein Arzt dich darauf hin, weil es halt ungesund ist und du irgendwann deswegen gesundheitliche Probleme bekommen kannst. Es ist halt diskriminierend, übergewichtige Leute darauf hinzuweisen, dass ihr Gewicht gesundheitliche Probleme hervorrufen kann. Was ja wissenschaftlich bewiesen ist. Das müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Aber auch das Wort Übergewicht benutzen wir gar nicht mehr. Das ist jetzt Mehrgewicht, ne? Ne, also ein Mensch, der einen großen Körper hat, ist automatisch unsportlich. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, mein erster Beruf ist Tanzpädagogin. Sie nutzt halt wirklich großer Körper als Umschreibung dafür, wenn jemand dick ist. Ich habe das auch am Anfang gar nicht verstanden. Ich dachte, die meint halt groß, im Sinne von zwei Meter groß sein und nicht, dass sie die Breite meint. Aber auch andere Wörter sind in dieser Szene wohl nicht mehr ganz so beliebt. Wie würdest du sagen, würdest du dann eine gesunde Beziehung zu dem eigenen Körper beschreiben? Also ich glaube, ich würde das Wort einfach, weil ich so ein bisschen mit vielen zu tun habe, vor allem mit vielen Frauen, die eben so ein bisschen auch darunter leiden unter diesem gesundheitlichen Blick, deswegen würde ich dieses Wort, glaube ich, an sich vermeiden. Aber ich würde immer sagen... Anscheinend möchte sie das Wort gesund oder gesunde Beziehung nicht mehr benutzen, weil andere Frauen unter diesem gesundheitlichen Aspekt leiden. Wahrscheinlich meint sie halt andere Frauen, die auch dick sind. Wir sind in unserer Gesellschaft also wirklich an einem Punkt angekommen, wo man versucht, Wörter wie gesund nicht mehr zu benutzen, um ungesunde Lebensstile wie zum Beispiel Übergewicht irgendwie zu normalisieren und die Gefahren einfach gar nicht mehr anzusprechen. Ey, das ist wirklich unfassbar, das kannst du dir nicht ausdenken. Sorry, den Satz sage ich noch öfter, wenn ihr wüsstet, was noch kommt, ne? Später geht es dann um die Verbindung zum eigenen Körper. Da sagt sie das hier. Eine, in Anführungszeichen, ermächtigende Position oder eine wohltuende Position ist, dass du in Verbindung mit dir bist. Und das ist ja auf allen Ebenen, sei es innerlich, sei es äußerlich. Wenn die Verbindung zu deinem Körper dir so wichtig ist, dann verstehe ich nicht so ganz, warum du ihn nicht vernünftig behandelst und versuchst, so gesund wie möglich zu leben. Du machst deinen Körper mit Dingen wie halt Übergewicht einfach kaputt. Es ist einfach ein ungesunder Lebensstil. Aber wenn mir mein Körper wichtig ist, dann versuche ich doch solche Faktoren auszuschalten, damit er gesund ist oder nicht. Also das macht auch gar keinen Sinn, was sie da sagt. Und nur so nebenbei, dein Körper und deine Gesundheit ist alles, was du hast. Wenn dein Körper kaputt ist, dann ist er kaputt. Da gibt's... Äh, warum schreiben hier denn irgendwelche Leute irgendeine Scheiße rein? Die werden erstmal die Rekipermaband, let's go. Das habe ich schon am Anfang an gesagt. Wenn Leute hier gewisse Namen reinschreiben, dann werden die Rekipermaband. Kein Austauschen oder so. Der regender Moment war immer... Aber Reporter, du bist am Start. Das freut mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank für den... Für den Prime-Sup. Ehre. Groß getraut. ...meinem Leben, dass ich seit klein auf immer das Gefühl hatte, ich habe ein hübsches Gesicht. Meine Familie hat das immer so mit mir geteilt. Hey, du hast ein hübsches Gesicht, aber körperlich musst du ein bisschen aufpassen. Also das war schon immer sehr präsent. Und das ist natürlich total kacke, einem jungen Mädchen dieses Gefühl zu geben, weil die Verbindung zu meinem Körper mir voll abhanden gekommen ist. Sie beschwert sich hier darüber, dass ihre Eltern sie anscheinend gewarnt haben, dass sie halt zu dick ist, was ja wie gesagt auch gesundheitliche Folgen haben kann. Aber das ist doch was Positives, oder nicht? Also Eltern sollen sich ja um ihr Kind kümmern. Und genau durch sowas machen die das doch. Ich habe ja selber einen Sohn und ich möchte ja auch, dass er gesund und vernünftig lebt. Und ich würde ihn ja auch auf Gefahren aufmerksam machen. Egal, ob das jetzt Übergewicht, Rauchen oder irgendwas anderes ist. Inwiefern geht das? Ja, die Frage ist, wie du das halt rüberbringst. Bringst du es auf einer, also es gibt ja gewisse Stufen, wie du was rüberbringen kannst, oder gewisse Ebenen, wie du etwas rüberbringen kannst. Bringst du etwas, sag ich mal, sehr empathisch rüber? Oder bringst du etwas so rüber, so, ja, du hast doch ein schönes Gesicht, aber du bist fett? Dann fühlt sich der andere angegriffen. Wenn du aber sagst, ey, du siehst sehr hübsch aus, aber es wäre gesünder für deinen Körper, wenn du vielleicht mehr Sport machst, oder wir werden es ja dann wissen in der Familie, ob da Sport gemacht wird, oder ob es an der Krankheit liegt, oder was weiß ich, oder keine Ahnung, wenn man einen doofen Stoffwechsel hat, weiß ich jetzt nicht. Aber es kommt immer darauf an, wie man was auch formuliert, und das wissen wir hier an der Stelle natürlich auch nicht. Ja, ich glaube, es ist aber auch so schwer, wenn du einmal Übergewicht hast, die Motivation auch zu finden, abzunehmen. Also ich glaube, ich hätte auch Probleme wahrscheinlich abzunehmen, wenn ich einmal wirklich dicker wäre. Ich glaube, ich hätte auch Probleme abzunehmen. Weil dieses Rennen gehen macht echt einfach keinen Spaß. Also ich mache lieber so ein bisschen Sport im Sinne von, ja, so Fußballspielen, das ist so im spielerischen Aspekt. Das macht mir dann noch Spaß und da kannst du natürlich auch abnehmen. Das ist kein Problem. Aber für mich ist es auch eher so, dann lieber Kraftsport machen. Aber so dieses Rennen gehen ist einfach scheiße. Und Rennen gehen ist wichtig, um abzunehmen vor allem. ...zu deinem Körper kaputt. Vielleicht solltest du dich einfach mal mit deinem Körper richtig auseinandersetzen, ein paar Studien oder Beiträge lesen und einfach mal merken, stimmt, Übergewicht ist tatsächlich gar nicht so gut. Vielleicht sollte ich was an meinem Leben ändern, denn mein Körper ist mir richtig. Schnecke safe, das ist auch nicht schön. Dann setz dich natürlich einfach dahin, stell das Ganze als was Normales und Gesundes hin und dann ist ja auch alles in Ordnung. Ich meine ernsthaft, sei doch froh, wenn deine Eltern solche Gefahren erkennen. Ich habe selber im Kindergarten gearbeitet und was da teilweise rumgelaufen ist, Bruder, also da wünsche ich mir deine Eltern. Und das ist ganz interessant mit diesem, wie Gewichtsverlust in unserer Gesellschaft bei erwachsenen Menschen gefeiert wird. Wenn Kinder aufhören zu essen oder Tiere, dann ist das für uns wie so ein Alarm, dann haben wir Angst. Aber bei uns ist Verzicht etwas sehr, sehr Attraktives, wo natürlich Essen irgendwo in jeder nächsten Ecke vorzufinden ist. Sie vergleicht hier wirklich Kinder und Tiere mit erwachsenen Menschen, die weniger essen, weil sie abnehmen wollen. Bei Kindern und vor allem bei Tieren ist Appetitlosigkeit meistens ein Zeichen für eine Krankheit. Deswegen wird da viel genauer drauf geguckt, da die ja nicht wissentlich sagen, ach nee, den zweiten Teller esse ich jetzt nicht, sondern da meistens mit dem Körper irgendwas nicht stimmt. Vor allem tut sie so, als wenn man nur abnehmen könnte, wenn man auf alles verzichtet und nie wieder irgendwas isst. Bro, es hat mich eine Google-Suche gekostet, um hunderte gesunde Rezepte zu finden. Alleine bei der Rewe-Online-Seite findet man dort 217 Gerichte. Ich bin die jetzt natürlich nicht durchgegangen, aber selbst wenn ein paar Gerichte rausfallen, hast du vielleicht 150 oder 200 Gerichte, die gesund sind und trotzdem lecker schmecken. Und natürlich wird das gefeiert, weil du selbst... Ja, aber Ernährung ist wirklich an der Stelle... Sport allein, ja, ist auch wichtig, aber Ernährung macht so viel aus. Ey, es ist nicht normal. Ohne Witz, ich habe wieder viel zu viel abgenommen. Ich hatte 81 Kilo und ich hatte sogar mal zwischenzeitlich mal 84 Kilo gewogen. Da habe ich mich auf die Ernährung sehr konzentriert, dass ich sehr eiweißreiche Produkte esse und Kalorienüberschuss habe und so, dass ich ein bisschen zunehme. Hatte ich 84 Kilo, jetzt im Binnen von einem halben Jahr. Alter, ich habe abgenommen, Leute. Ich habe mich auf die Waage gestellt, 76,8 oder so. Ja, das bedeutet, ich werde jetzt wieder in Zukunft wieder mehr auf die Ernährung achten. Ich habe mich nicht mal ungesund ernährt, aber ich habe mich einfach zu Kalorien niedrig oder Kalorienarm ernährt und sobald ich das mache, da nehme ich direkt ab. Das ist auch nervig. Und halt Sport gemacht und dann durchs Sport nimmst du auch noch mal einiges an Kalorien ab und ja, schwierige Nummer, Leute, schwierige Nummer. Manche, die haben so Probleme abzunehmen, manche haben Probleme zuzunehmen. Ich glaube, bei mir ist es eher so das Problem, zuzunehmen. Es geht, wenn man sich richtig darauf konzentriert, aber auch nicht immer. Hey Junge, wie geil ist denn die Nachricht? Ey, herzlichen Glückwunsch, wirklich. Also, das ist, das ist doch eine sehr, sehr geile Sache. Liebe, Liebe, Dankeschön für die 2 Euro und schön, dass es bei dir funktioniert hat. Das freut mich, ehrlich. Also Ernährung ist super viel, Ernährung macht super viel aus. Sport macht auch was aus, aber Ernährung ist so, das A und O, wenn es um den gesunden Körper geht. Ganz so ungesund ist, du möchtest dein Leben ändern, das zeigt Willenskraft und Durchhaltevermögen. Das sind alles positive Eigenschaften. Soll man das jetzt haten oder was? Sie selber hat übrigens versucht, so abzunehmen. Und ich weiß noch, dass ich dann, wie gesagt, im Sommer diese Diät gemacht habe und dann habe ich nichts gegessen, viel geraucht, also Zigaretten, aber trotzdem viel geraucht, nur Wassermelone und Ananas gegessen habe. Ja Bro, also nur Wassermelone und Ananas zu essen, ist wahrscheinlich auch die ungesundeste Methode, um Gewicht zu verlieren. Diäten bringen meistens sowieso nichts, da das immer nur eine zeitliche Umstellung ist, zum Beispiel für vier, sechs oder acht Wochen und man danach wieder in alte Muster verfällt. Nach deiner tollen Wassermelone und Ananas Diät wirst du dich wahrscheinlich genauso ernähren, wie du es vorher gemacht hast, weil du in der Zeit nichts über gesunde Lebensmittel gelernt hast oder darüber, wie... Ich halte das auch nicht für gut und vor kurzem, ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt auch mitbekommen, gab es ein Streamer-Event von Trimax, also es wurde, glaube ich, organisiert von Trimax, sieben Tage nichts essen. Also so sieben Tage No-Food-Challenge hieß das, glaube ich. Das ist einfach dumm. Also ich persönlich finde es dumm. Du bringst deinen Körper an eine gewisse Belastungsgrenze wahrscheinlich durch sieben Tage nichts essen, aber viel bewegen trotzdem, mit Laufband und so weiter. Und wenn du so lange nichts isst, nimmst du sehr viel ab und nimmst im Anschluss, wenn du wieder richtig, wenn du wieder normal isst oder dieses alte Muster verfällst, nimmst deinen Körper viel, viel schneller zu als davor und du hast dann noch größere Probleme. Also man hat das doch schon so oft gehört, dass es so ist, weil der Körper dann halt sehr krass darauf reagiert und dringend zunehmen muss und da kickt der Jojo-Effekt völlig rein. Also ich würde es halt nicht machen, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Wie man sich vernünftig ernährt. Ja, Bro, dass das nichts wird, hätte ich dir auch sagen können. Vor allem sagt sie dann später das hier. Und das ist Zeit. Fabian, grüß dich. Es ist unter anderem Gesundheit, Zeit einer der wichtigsten Güter, die ich in meinem Leben zur Verfügung habe. Und mir ist es zu kostbar, oft morgens eine Stunde einfach herzugeben, damit ich so oder so aussehen kann. Wenn Zeit für dich eine der wichtigsten Faktoren im Leben ist, warum bist du dann übergewichtig? Gary Withlock hat in einer Studie herausgefunden, dass ein erhöhter BMI dafür sorgt, dass man zwei bis vier Jahre früher stirbt und wenn man sehr starkes Übergewicht hat, sogar acht bis zehn Jahre verliert. Die aus dem Interview wird jetzt nicht richtig stark übergewichtig sein, aber ich sag mal, zwei bis vier Lebensjahre sind... Also mich würde halt mal interessieren, also wie sie es einschätzt, warum sie übergewichtig ist. Weil das kann ja auch andere Gründe haben. Es muss ja nicht den Grund haben, hier, ich esse mir jeden Abend zehn Tüten Chips rein. Das kann auch manchmal einfach die Folge haben, dass man einen super beschissenen Stoffwechsel hat. Siehe beispielsweise, ich weiß nicht, die meisten werden ihn trotzdem kennen, Mario Götze. Der hatte damals übrigens das WM-Tor geschossen. Der hat zum Beispiel einen richtig beschissenen Stoffwechsel. Also das ist zum Beispiel einer, wo ich sagen würde, der hat einen Stoffwechsel, der kann nichts dafür, der ist einfach am Arsch, was das angeht. Der hatte mal übel viel zugenommen. Einfach so. Oder kennt ihr Kevin Pannewitz, auch ein Fußballer, der, sobald er keinen Sport macht oder nicht so viel Sport macht und irgendwas isst, so über Weihnachten hat er ja mal, glaube ich, gesagt, dass er sieben Kilo zugenommen hat. Also das ist immens, wie der Körper da teilweise Fett ansetzt, wenn du keinen Sport machst und ein, zwei Mal ein bisschen zu viel wahrscheinlich isst. Deswegen, ja, ich möchte den Vorwurf nicht für jeden machen, der übergewichtig ist, dass er faul ist oder dass er nichts macht, dass er nichts unternehmen will oder so. Weil manchmal hast, bist du einfach angearscht. Ich habe Probleme zuzunehmen, manche haben Probleme abzunehmen. Also ich würde es jetzt nicht, ich würde jetzt hier nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ey, du bist da selber dran schuld oder natürlich in gewisser Art und Weise hat man selber auch das Zepter in der Hand, was es angeht, aber halt nicht, nicht immer bedingt, ja, nicht immer bedingt. ...wahrscheinlich realistisch, die du deswegen verlierst. Und das ist ja... Da können so viele, Depressionen können auch eine Rolle spielen. Es kann so viel, so viele Faktoren können eine Rolle spielen, weshalb man übergewichtig ist, wofür man nicht viel kann, ne, also deswegen bin ich ja mal vorsichtig, was das Thema Übergewicht angeht. Man kann nicht per se sagen, ey, warum ist bei dir das nicht so, ne? Kann es sein, dass sie jetzt in dem Video noch sagt, ja, ich bin übergewichtig, weil ich faul wie ein Stück Scheiße bin und nichts mache. Kann natürlich auch sein. ...ja auch nur die Zeit, die du früher stirbst. Dazu sind übergewichtige Menschen auch viel, viel anfälliger für etliche Krankheiten. In einigen Studien wurde zum Beispiel gezeigt, dass übergewichtige Menschen bis zu 10 gesunde Lebensjahre verlieren. Beispielsweise durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder weil deine Gelenke nicht mehr richtig funktionieren. Wie gesagt, die Auswahl ist riesig. Wenn dir Zeit also wichtig ist, warum bist du übergewichtig? Erkläre mir das bitte. Dass wir wirklich das Gefühl haben, wir müssen Dinge als Frauen tun, damit wir fresher sind. Und ja, es kommen Leute und sagen dann sowas wie, hey, geht's dir schlecht, weil du wirkst irgendwie ein bisschen, du siehst fertig aus. Das ist etwas, was ich auch sehr oft auf Instagram und so höre. Jetzt sag mal, du siehst richtig fertig aus und sag ich immer so, gut so. Ja, weil das ist Natur, das gehört uns allen. Und ich denke immer so, geil, so ein Mann wäscht sich so ein Gesicht und dann ist er fertig. Also, was ist das? Bro, in welcher Welt müssen Männer sich nur ein bisschen Wasser ins Gesicht machen, um fresh zu sein? Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber, ich muss auch jeden Morgen duschen, damit ich nicht stinke. Ich, gut, ich jetzt nicht, aber andere müssen sich vielleicht rasieren oder den Bart trimmen, man muss sich die Haare machen. Die tut so, als wenn nur Frauen irgendwas machen und wir Männer, wir wachen einfach so auf. Die hat eine... Ja, aber ich muss, ich muss dem mal ganz kurz entgegensprechen von dem, was GrunTV sagt. Also, ich muss jetzt mal ehrlich sein, wie das bei mir aussieht. Ich, an Tagen gehe ich so runter, also oben ins Bett, ich gehe so runter ins Bad. Dann gucke ich mich an, dann esse ich erst mal. Dann putze ich Zähne. und dann nehme ich Gel, mache mir das 10 Sekunden, die Haare, dann warst du das. Also, ich mache nichts mehr als das. Ich habe tatsächlich eine Aufwachcreme, ja, ich habe eine Aufwachcreme, das schmierst du dir so auf die Haut und dann hast du so ein erfrischendes, also so ein erfrischendes Gefühl im Gesicht. Ich bin aber viel zu faul, diese Creme ins Gesicht zu schmieren, weil ich muss dann wieder mit Wasser durchs ganze Gesicht wühlen, obwohl ich mir gerade schon die Haare gemacht habe, weil ich ein faules Stück Scheiße oder weil ich es schon wieder nicht gecheckt habe, dass ich ja zuerst das machen sollte, dann die Haare und dann lasse ich es einfach. Bin dann auch viel zu faul für die ganze Scheiße. Ja, deswegen, ja, ich falle genau in das Muster, was sie da beschrieben hat. Einfach mal kurz und fertig ist. Ein so komisches Weltbild, wirklich. Dass das schon so ist, dass jemand, der selbst... Und duschen, ja, duschen wird eh überbewertet. Aber wer früh duschen geht, der hat eh kein Hobby. Also ich dusche fast nie früh. Ich dusche meistens abends. In allermeisten Fällen. Also früh ganz, ganz selten. Wirklich ganz, ganz selten. Wenn er viel Gewicht hat oder groß ist und auffällt, ja, aufgrund seiner Höhengröße oder seiner Breitengröße, dass dieser Mensch natürlich wahnsinnig viele Komplimente bekommt, wenn er auf einmal Gewicht verliert, weil Gewichtsabnahme bei uns immer noch so eine Faszination ist. oh wow, jetzt ist die Person irgendwie willensstark und hat sich angestrengt und und und. Das heißt, ein dünnerer Körper hat es leichter. Ja, natürlich haben es normalgewichtige Menschen irgendwo einfacher, weil sie halt zur Norm gehören. Und wenn du zur Norm, also zum Durchschnitt gehörst, dann hast du es immer leichter als die anderen. Aber keine Sorge, das wird wahrscheinlich nicht mehr lange so sein. Ich glaube, in Deutschland sind schon 30% der Menschen übergewichtig, also nicht mehr lange und dann hast du es einfacher. Außerdem ist Dünnsein halt auch einfach gesünder. Es steht halt für mehr positive Sachen. Was soll ich dir sagen? Du gehst in den Wald und du wunderst dich nicht, warum der eine Baum kleiner, dücker, größer, dünner ist als der andere Baum. Oder warum der eine Vogel anders aussieht als der Vogel. Bro, die vergleicht halt wirklich. Okay, der Vergleich ist weird, zu sagen, ja, man sieht der eine Baum anders aus als der andere. Also gut, das würde ich jetzt tatsächlich, das würde ich jetzt tatsächlich nicht miteinander vergleichen. Bäume in einem Wald mit Übergewicht. Ja, natürlich wundern wir uns da nicht, weil Bäume von Natur aus ganz normal so sind. Auch die verschiedenen Vogelarten. Was haben denn verschiedene Arten von irgendwelchen Tieren mit übergewichtigen Menschen zu tun? Übergewichtige Menschen sind keine eigenständige Rasse wie bei Tieren. Es ist unfassbar, Alter. Wie kann man so dumme Vergleiche bringen und in dem Moment wirklich davon ausgehen, ja man, das war richtig klug, was ich gesagt habe. Oder auch das hier. Aber wir machen das mit unserer Schönheit in Anführungszeichen. Mit der Körpervielfalt des Menschen. Auch das, wie reden wir von Pflanzen und Tieren. Wir sagen nicht fette Blume oder dicker Hund. Wir sagen großer Hund. Wir sagen... Also, ich würde schon sagen, dass es dicke Hunde gibt. Und dass es schon Leute gibt, die sagen, das ist ein ganz schön dicker Hund oder das ist eine ganz schön dicke Katze, weil die Katze ziemlich doch schon safe. Also doch, safe gibt es das und safe wird das gesagt. Doch, also safe. Da bin ich mir sehr sicher. Also ganz im Gegenteil, man sagt ja nicht, es ist eine dicke Pflanze. Weiß ich nicht. Sagt jemand, es ist eine dicke Pflanze? Also ihr, so ist es ein dicker Hund doch schon. Weiß ich nicht. Große Blume, ja. Also erstmal ist es ein Riesenunterschied, ob ein Hund wirklich einfach groß ist, was ja genetisch bedingt ist, oder ob er wirklich ein Übergewicht leidet. Lustigerweise sagt man bei Tieren wie Katzen, Hunde, Pferde oder whatever auch durchaus, dass die fett sind, wenn das denn der Fall ist. Dazu kommt übrigens auch noch, dass wenn du dein Tier falsch ernährst und dein Hund zum Beispiel richtig übergewichtig ist, kann das durchaus eine Straftat sein, weil das einfach Tierquälerei ist. Was sagst du dazu, hä? Und Pflanzen können erstmal gar nicht fett werden, davon mal ganz abgesehen. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Ihr müsst euch das wirklich mal überlegen. Anstatt sich einfach einzugestehen, ja, ich lebe ungesund, aber es ist mir egal, ich möchte so sein, versucht sie mit solchen Vergleichen, das irgendwie als was Normales und Gesundes hinzustellen. Ja, aber hat sie den, ich weiß gar nicht, wir wissen auch gar nicht den Grund, also warum sie übergewichtig ist. Also das, also das, also ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil wir wissen ja gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Ja, das kann natürlich sein, aber ich möchte mir das jetzt nicht anmaßen, zu urteilen, aus dem Nichts, dass ich jetzt sage, ey, ja, hier, sie ist, sie lebt zu ungesund. Ja, ich lebe sie nicht zu ungesund. Ich komme aus solchen Leuten nicht klar, wie uns. Das ist aber eine fette Palme. Stimmt, ja, das sage ich auch mal. Zufrieden bist du mit dir selber, dass du dir das nicht eingestehen möchtest. Zum Beispiel, in der, in der Körperakzeptanzwelt sprechen wir zum Beispiel gar nicht von Übergewicht, weil Übergewicht immer zeigt, dass es ein Gewicht über dem Normalgewicht geben würde. Ja, wir vermeiden diese Begriffe, weil das alles aus dieser Diätkultur stammt, aus dieser Schönheitskultur, die uns Menschen oft auch... Was wären ihre Aussagen anders, wenn sie krankheitlich bedingt übergewichtig wäre? Ihre Aussagen anders wären, ich habe keine Ahnung. Wieder klein machen. Nein, das stammt nicht aus der Diäten oder Schönheitskultur, sondern aus der Wissenschaft. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Also jetzt mal wirklich, das ist mit die schlimmste Person, die ich zu diesem Thema jemals gesehen habe. Keine Fakten akzeptieren, alle negativen Wörter einfach nicht mehr benutzen und zack, ich bin gesund. Ich meine... Also das, was sie erzählt, das ist natürlich absoluter Quatsch. Ja, also das hat es auch gerade gezeigt mit diesen Pflanzen und Tieren und was weiß ich. also diese Normalisierung ist absolut nicht gut. Ja, ich würde jetzt nicht den Finger auf sie zeigen mit ihrem Übergewicht, was da falsch ist und bla bla, also das würde ich jetzt gar nicht machen, aber die Aussagen an sich von ihr, was soll ich dazu sagen, es sind halt jetzt nicht unbedingt Aussagen, die ich jetzt fühle, oder wo ich jetzt sage, das ist es einfach. Wenn du fett sein willst, dann go for it. Es ist dein Leben, es ist dein Körper, ich will dir da gar nicht reinreden, aber akzeptiere es doch einfach, dass es ungesund ist. Es gibt tausende Studien, die das belegt haben. Es gibt glaube ich... Und dass es ungesund ist, ist ja offensichtlich. Egal ob krankheitsbedingt oder nicht, ja, wenn du übergewichtig bist und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Übergewicht ungesund ist, dann kannst du nicht sagen, es ist aber für mich normal oder gesund, dann ist es aber trotzdem wissenschaftlich ungesund. Also, wenn 2 plus 2 4 ergibt, dann kannst du auch nicht sagen, ja, auch für mich ergibt das 3. Jetzt ist es aber trotzdem 4. So, das ist schön, dass es für dich 3 ergibt, aber das ist 4. So, du Idiot. Weißt du, einfach mal, weil du wirklich unzufrieden mit dir selber bist und dir das einfach nicht eingestehen möchtest. Traurig. Es gibt nun mal ein normales Maß an Gewicht. Das gleiche zählt übrigens auch, wenn man zu wenig wiegt. Das ist auch nicht gesund, weil der Körper halt so am besten funktioniert. Und das kann er bei Übergewicht halt nicht richtig. Geh ein bisschen in das Wissen, informiere dich, warum Gewichtverlust gerade bei uns Frauen so supportet wird. Die Frage ist, wenn du ständig Hunger hast, wenn du abnehmen musst, ne, also dieses, man kann auch gesund abnehmen, ja klar, aber trotzdem diese Abnahme per se mit den Diäten, mit, was gibt es da, Punkte zählen und all das, das, wie viel Kraft kannst du haben, wenn du ständig hungern musst? Ja, Bro, wenn du eine Diät machst, dann bringt das logischerweise. Hm. Also, da gehört natürlich, also wenn du jetzt sonst komplett gut drauf bist und jetzt Depressionen, das ist immer eine andere Geschichte, ne, aber wir reden jetzt mal davon, wenn sie jetzt gut drauf ist und so. Ähm. Wenn du, äh. Warte, 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 warte. Was kannst du haben, wenn du ständig hungern musst? Ja, Bro. Ja, keine Ahnung, also, die Aussage, keine Ahnung, also, wenn du ein bisschen Disziplin hast und das willst, dann trackst du einfach, dann trackst du einfach deine Kalorien und versuchst, in ein Kaloriendefizit zu kommen und dann, äh, kannst du auch dich normal ernähren, nur halt nicht viele Kohlenhydrate zu dir nehmen, ja. Also, das ist noch nicht mal so schwer, es ist wirklich nicht mal so schwer, ne, am Anfang dachte ich auch so, es ist, es ist echt schwer, aber doch, das kannst du hinbekommen. Ich persönlich hätte weniger Schwierigkeiten, ein Kaloriendefizit einzuhalten, als einen Kalorienüberschuss einzuhalten, äh, ja, deswegen, für mich ist genau das Gegenteil schwierig. Bro, wenn du eine Diät... Ich kann, ich kann nicht so, also, was heißt, ich kann nicht, ich kann schon viel essen, aber ich bin manchmal auch so ein bisschen zu faul, dass ich sage, ey, ich muss mir jetzt eine übelste Portion reinschaufeln und, äh, oder was heißt zu faul? Ich bin einfach satt, ich kann auch nicht mehr. ...mast, dann bringt das logischerweise auch nichts. Es gibt eine Studie, wo verschiedene Diäten einfach mal beleuchtet worden sind und geschaut worden sind, wie es mit der Gewichtsreduktion auch nach der Diät ausgesehen hat. Die sind zum Schluss gekommen, dass eine Diät an sich nichts bringt, sondern, um wirklich langfristig Gewicht zu verlieren, muss man sein Leben umstellen. Es bringt nichts, vier Wochen zu hungern und danach wieder genauso zu essen wie vorher. Du musst halt einfach dein Leben... Naja, da kickt der Jojo-Effekt wieder rein, wenn du genau das machst. Also das ist schon... Also das ist wirklich nicht schlau, wenn du... Ich halte von Diäten tatsächlich auch gar nichts. Also ich würde niemals... Also ich sage jetzt nicht niemals. Ich würde eher weniger dazu tendieren, jemals eine Diät zu machen, weil... Ich weiß nicht. Wenn du dich dann wieder normal ernähren möchtest, dann kickt das doch wieder komplett rein. Am Ende. Ich weiß nicht, ob ich da meinen Stoffwechsel so rein... so kaputt machen möchte. Man kann auch dünn sein und sehr viel essen. Es müssen halt einfach die richtigen Lebensmittel sein. Anstatt abends eine Pizza zu essen, mach dir doch einen Würsing-Eintopf oder irgendein anderes Gericht, wo zum Beispiel viel Gemüse drin ist. Es ist gar nicht so schwer. Es gibt so viele gesunde Rezepte, die man in 20 Minuten kochen kann. Sie zeigt halt damit, dass sie sich mit dem ganzen Thema nicht mal vernünftig auseinandergesetzt hat, sondern wirklich so krass in ihrer Bubble lebt, dass sie einfach so negative Sachen wie Diäten als Punkt dafür nimmt, dass Übergewicht ja in Ordnung ist. Und das ist ja ungesund zu hungern. Ja, ist es. Ist vernünftig, aber ist die richtigen Sachen. Also so ein bisschen auch das nochmal zu beleuchten. Du würdest deinem Kind niemals wahrscheinlich wollen, dass es hungert. Also einfach diese Perspektive ein bisschen nochmal mitnehmen. Richtig, will ich nicht. Ich möchte aber auch nicht, dass mein Sohn fett wird, dann mit 70 stirbt, währenddessen sich die ganze Zeit nicht richtig bewegen kann, andere gesundheitliche Probleme hat und vielleicht nicht mal eine vernünftige Kindheit hat. Je nachdem, wie dick er natürlich ist. Mein Sohn beispielsweise ist auch viel. Bruder, der macht nichts anderes. Der liebt Essen bis zum Gehtnichtmehr. Aber ich gebe ihm halt gesunde Sachen. Wenig Süßigkeiten, viel Obst und Gemüse. So einfach ist es. Und der ist auch nicht dick. Der hat ein ganz normales Gewicht. Man muss nicht hungern, um dünn zu sein. Was ist das für eine Aussage? Ja, Bro, die ganze Menschheit hungert. Nur du und die anderen, die dick sind, essen wirklich vernünftig, wie die Natur das möchte. Und dass man versteht, warum diese Gesundheitsfrage so kritisch ist. Weil wir die so oft... Gerade im Kindesalter, also ich, wenn ich ein Kind habe, muss ich sagen, wenn ich ein Kind habe, möchte ich es begeistern für Sport. Weil Sport bringt so viele Vorteile, ich sage euch das ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwie ein Kind habt oder irgendwie vorhabt, ein Kind zu haben und so, ich kann es wirklich nur empfehlen, meldet es beim Sport an, bei Vereinen, keine Ahnung, was es Bock hat, sei es Tanzen, sei es Fußball, sei es Handball, was weiß ich, was dem Kind halt mehr Spaß macht. Aber du hast soziale Interaktionen, du hast ein gleiches Interesse wie andere Kinder, du hast schon Freundschaften, du bewegst dich, du hast eine gute, egal was du jetzt machst, auf Fein- oder Grobmotorik, das ist so viel, was es dem Kind bringt, was es fördert, du wirst nicht direkt ausgegrenzt, also in den meisten Fällen, wenn du gerade früh vor allem beginnst und manchmal, selbst wenn du eigentlich so einer bist, der ausgegrenzt wird, kannst du aber die Sache sehr gut, was du gerade machst, weil ich sage Volleyball oder Fußball oder was weiß ich, dann bewundern dich die Leute trotzdem und dann hast du trotzdem, das fördert dich komplett, so wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja, es ist sowas wie ein Verein, oder irgendwo, wo man in einer Gemeinschaft ist und Sport betreibt, es ist nur positiv, wirklich, also ich kann aus Erfahrung sagen, es ist für mich nur positiv gewesen von den Leuten, die mit mir Fußball gespielt haben, genau das Gleiche, die, ich würde jetzt einfach mal für die auch sprechen, dass es auch nur positiv war, weil Sport hält dich fit, du baust mehr Muskeln auf, sag ich mal, und du wirst nicht dick, also wir hatten kaum jemanden, der dick geworden ist beim Fußball, weil wirklich, du musst es immer ganz, wir hatten fünfmal die Woche Training oder viermal die Woche Training, das war wirklich sehr, sehr viel und ja, da war gar keine Möglichkeit, dass man irgendwie zunimmt, das ging gar nicht so richtig, also ja, da kann ich wirklich nur erraten, mach das einfach, wirklich, das ist absolut top. Und wichtig ist nicht zwingen, also nicht die Kinder zwingen, du musst das machen, sondern gucken, was können die Kinder am besten, wofür interessieren sie sich am besten und dann gucken, welche Möglichkeiten gibt es, da das Kind anzumelden, weil es bringt ja nichts, wenn ein Kind keinen Bock auf Fußball hat und du sagst, aber hier, ich habe dich angemeldet beim Fußballtraining, das ist, das ist kompletter Quatsch, also so weit soll es nicht kommen, aber wenn das Kind sagt, ey, ich liebe Tanzen, dann schickst du es zum Tanzen, ist doch eine geile Sache. Eine Zigarette, sagst du selten, hey, kann das sein, du bist vielleicht nicht ganz gesund, wenn jemand neben dir Alkohol trinkt, sagst du auch selten, hey, kann das sein, dass das vielleicht ein Glas zu viel war, wenn jemand Hobbykletterer ist, ja, sagst du es auch nicht, aber dieses, dieses Gewicht ist, wir haben da so ein, so ein falsches Bild, meines Erachtens, weil, also einfach so, wie werden dicke Menschen gesellschaftlich dargestellt, als unfaul, als ungesund, als unattraktiv, die vergleicht hier wirklich übergewichtige Menschen mit Hobbykletterern, Digga, ich kann nicht mehr wirklich, ich bin, ich bin komplett raus. Rauchen beispielsweise ist eine Sucht und ich kenne jetzt persönlich auch keinen Raucher auf dieser Welt, der sich hinsetzen würde und sagt, ach ne, Digga, Rauchen, das ist gesund, das ist ja von Natur aus so, ich meine, Tabak wächst ja auch an der Pflanze, Digga, deswegen alles gut. Du setzt dich da aber wirklich 50 Minuten in dein Interview hin, um wissenschaftlich falsche Sachen zu droppen, Übergewicht irgendwie als gesund darzustellen. Sie hat, sie hat sehr komische Vergleiche, also sie, wirklich, die Vergleiche sind echt nicht gut. Sie steht da wirklich nicht gut da, was das angeht. Und nicht einsehen zu wollen, dass es halt ungesund ist. Bei Leuten, die rauchen oder Alkohol trinken, ich glaube, denen ist bewusst, dass das nicht gesund ist. Hast du jemals ein Interview mit einem Raucher gesehen, der sich da in dem Podcast setzt und 50 Minuten darüber redet, nein, nein, das ist voll gesund? Also gut, man sieht ja jetzt auch nur Ausschnitte, aber es kommt jetzt nicht so rüber, als würde sie sagen, ja, doch, das ist schon ungesund, Übergewicht zu haben. Also, hier wird ja eher gesagt, ja, es wird ja mit dem Finger auf eingezeigt, was weiß ich, und es ist, die sagen, es ist nicht gut, aber das stimmt so nicht, und was weiß ich, aber es ist ja nicht, es ist ja, es ist ja faktisch gesundheitlich nicht gut. So. Also egal, ob es jetzt krankheitsbedingt ist und man nichts dafür kann, es ist ja trotzdem nicht gut, übergewichtig zu sein. Das muss man schon sagen, es ist ja einfach, es ist ja nicht, es ist ja nicht gut. Es ist vielleicht kacke, wenn Leute sagen, ey, du bist fett oder du bist scheiße, also, gut, scheiße, keine Ahnung, kann es auch sein, wenn du dünn bist, aber du bist fett oder so, so richtig erhabenwürdigen zu sein, das finde ich auch scheiße. Ich finde es kacke, wenn man Leute reduziert und sagt, ey, aufgrund der Körpereigenschaft finde ich dich kacke und so weiter. Das finde ich ekelhaft. Also hier so Body Shaming zu betreiben, das finde ich ekelhaft. Sven, Dankeschön für den Sub, ehrlich. Vielen lieben Dank. Das finde ich widerlich, aber als eine betroffene Person zu sagen oder das Ganze zu normalisieren, ist auch nicht der richtige Weg oder zu sagen, dass es nicht ungesund sei. Finde ich auch nicht der richtige Weg, weil es ja falsch ist. Das muss man halt so sagen. ...in Ordnung. Nein, oder? Mach dir mal Gedanken. Vor allem ist Übergewicht im Gegensatz zu Rauchen oder zum Beispiel Alkohol auch meistens eine Sache der Lebenseinstellung. Also bei den anderen beiden Sachen ist es durchaus auch eine Sucht. Klar, bei Übergewicht gibt es natürlich auch Ausnahmefällen, Essstörungen und so weiter, aber meistens ist es einfach nur das Leben, was man dafür... Tomate macht's gut. ...das kann man viel leicht... Achso, ein Sub sein ist gut, friend. Safe. ...da umstellen. Theoretisch müsstest du nicht mal Sport machen. Ein Kaloriendefizit würde schon reichen, auch wenn es dann länger dauert. Ich gehe regelmäßig zum Check-in und habe einen super gesunden Körper. Ne? Also... Ja, Bro. Wenn ich drei Jahre rauche, dann habe ich auch keinen Lungenkrebs. Ey, dann ist ja gut, dann kann ich ja weiter rauchen, oder nicht? Übergewicht schädigt den Körper halt langsam. Der Körper ist super widerstandsfähig. Ja, jetzt geht es dir noch gut, aber überleg mal, was ist, wenn du vielleicht 60 oder 70 bist? Deine Gelenke werden dann nicht mehr richtig mitmachen, kann ich dir sagen. Und dein Herz wird wahrscheinlich auch nicht mehr richtig funktionieren. Und du bist viel anfälliger für etliche andere Krankheiten, wie beispielsweise auch Krebs. Nur weil heute noch alles gut ist, muss das doch nicht später noch so sein. Ey, solche Aussagen machen mich so sauer. Das ist gleich immer ungesund. Das war, wenn du viel Gewicht hast, hat dein Körper auch ein ganzes Training, weil du dieses Gewicht ja auch mit dir trägst. Das heißt, deine Knochen, deine Muskulatur wächst ja mit. Ey, Bro, ich kann das nicht mehr wirklich. Ich bin wirklich einfach komplett am Ende. Wobei, da hat sie ja faktisch wahrscheinlich recht. Wenn du viel Gewicht mit dir trägst, wirst du auch mehr Kraft haben. also ich würde noch nicht mehr sagen, dass es jetzt, dass es jetzt eine faktisch falsche Aussage ist. Aber das ist natürlich, um das jetzt positiv darzustellen, ist das jetzt nicht unbedingt sehr gut. Also, ja, und die Gelenke, die, die machen dann auch irgendwann nicht damit. Das würde ich jetzt auch sagen. Also, ich meine, wenn man jetzt vom Faktischen ausgeht, wird es bestimmt stimmen, dass man dadurch die Muskulatur auch mit, mit anregt. Ende. Also, mein Workout ist einfach Fett sein. Das reicht schon. Ich habe einfach mal Doc Felix dazu gefragt und habe mal so gefragt, ja, ob das halt jetzt quasi stimmt oder ob normales Trainieren besser ist und der hat mir das hier geschrieben. Kurz zusammengefasst hat er gesagt, dass Muskeln und Fett aus den gleichen Stammzellen hergestellt werden. Wenn jetzt aber viele dieser Zellen für Fett benutzt werden, bleibt halt weniger für die Muskeln. Das heißt, deine Muskeln sind sogar eventuell weniger ausgeprägt und deine Knochen sind brüchiger. Also, Bro, Oh, 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 Ich habe nichts gesagt, liebe Freunde. Ja, ich halte mich bedeckt. Jemand, der Medizin studiert hat, sagt dir das jetzt. Ich wäre super gespannt, was sie dazu sagt. Bitte reagiere drauf oder setze ich mit mir ein Interview oder sonst irgendwas. Wirklich, also ich wusste ich auch nicht, aber jetzt habe ich dazu gelernt. Also, das heißt, wenn man Muskeln, äh, wenn man Muskeln anbauen möchte, sollte man nicht Fett mit sich tragen, sondern sollte man, äh, richtig aktiv trainieren. Also, aktives Training regt die Muskulatur dementsprechend an und wenn du es nur mit dir trägst, dann ist es eher gegenteilig. Okay. Wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, du wirst dann automatisch ein bisschen, auch ein bisschen Muskeln mit dir tragen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Dieses Interview hat mich wirklich Nerven gekostet. Ich kann es nur nochmal sagen, wenn du dick sein willst, wenn das dein Leben ist, wenn du dich glücklich fühlst, ey, mach, was du willst, ist mir vollkommen egal. Es ist dein Körper, dein Leben, leb mit den Nachteilen und alles ist in Ordnung. Aber dieses krankhafte, irgendwie gut reden, wissenschaftliche Fakten komplett ignorieren, nur Müll labern, Vergleiche bringen wie, ja, bei Bäumen fragst du dich ja auch nicht, wenn einer dicker ist als der andere. Ey, ich kann nicht mehr. Also wirklich, für mich zeigt das Real Talk einfach nur absolute Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, weil man sich, diese Sache, möchte man sich nicht eingestehen, da man sonst weiß, dass man was ändern möchte oder ungesund lebt und das will man nicht. Ich meine, du redest in einem Interview über eine gute Verbindung zu deinem Körper und behandelst den dann so und redest dir das so gut. Ja, wirklich, es ist unfassbar, ich kann nicht mehr. Wann ist das normal geworden? Ich verstehe es nicht. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Äh, ja, moin. Das Video wieder. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich finde, schon, also ich, ich stimme dem zu, was, äh, was Kuchen hier als, als Information so rausgehauen hat oder als, als Fazit auch rausgehauen hat. Ich, ich stimme dem zu. Ich würde aber sagen, ich wäre ein bisschen empathischer trotzdem. Also, gerade gegenüber den Personen, weil man weiß immer nie die Hintergrundgeschichte, wenn aber natürlich jetzt jemand erzählt, ey, ja hier wegen Bäume und so und bringt dann irgendeinen komischen Vergleich oder versucht das zu normalisieren und zu sagen, ey, das ist ja nicht ungesund. Doch, es ist ja ungesund. So, und es gibt Nachteile daraus und das ist dann einfach eine, eine, eine Lüge einfach, die man halt verbreitet und das ist halt Kacke, aber er ist sehr, sehr, ich würde es fast sagen, sehr, sehr hart in diesem Video, ja, oder in vielen Videos, wo man sich so denkt, boah, ja, also du suchst halt so die extreme Konfrontation. Ist okay, kann man machen, aber wäre jetzt nicht der Stil, den ich da ansetzen würde. dass du ja gerne ansetzen würde. Vielen Dank.